Guten Abend und danke, dass Sie gekommen sind zu diesem Austausch. Da Sie ja alle ein kleines Zettelchen bekommen haben beim Angang, werde ich jetzt nicht jede Person ausführlich vorstellen, sondern eben so, dass Sie auch jede Person in Sicht haben. Ganz links ist Mike Meret, der eben Art Director ist und auch verschiedene Hüte eigentlich trägt, wie man auch Französisch sagt. Guten Abend. Also direkt zu meiner linken Seite ist Konstantin Gritschitsch, der Designer. Zu meiner rechten Seite ist Tobias Rehberger, Künstler. Und ganz rechts Harald Falkenberg, Samuel. So sehen Sie auch, und ich bin Katja Baudin vom Museum Gritsch. So sehen Sie, dass die verschiedenen Teilnehmer hier auch von verschiedenen Seiten der Frage eigentlich kommen. Einige eben als Schaffer, als Kreativen und andere eben als Persönlichkeiten, die diese auch unterstützen oder fördern oder forschen und so weiter. So hoffentlich wird die Diskussion besonders reich auch sein. Vielleicht sollte ich auch eben kurz noch bestätigen, dass diese Diskussion eigentlich in zwei Teilen organisiert wäre. Der erste Teil ist eine Diskussion hier direkt am Podium. Und dann hinterher werden wir den Saal öffnen. Und dann können Sie auch viele Fragen stellen. Besonders heute Abend war es ja eigentlich eine geschlossene Gesellschaft. Das bedeutet, das sind also hauptsächlich auch Personen, sie sind hauptsächlich auch in diesem Bereich aktiv oder engagiert. Obwohl, das werden wir auch hinterher sehen, sehr wahrscheinlich eher im Kunstbereich oder im Designbereich. Und vielleicht auch einige, die in beiden engagiert sind. Aber das ist ja schon eine kleine Einweihung in unsere Thematik. Ist Design Kunst? Ist Kunst Design? Das ist ja auch eine sehr aktuelle Fragestellung. Vielleicht haben Sie gesehen, dass es zurzeit in London eine Ausstellung gibt, die heißt »Wouldn't be nice«. Das ist eine Ausstellung, die auch in Genf gezeigt worden ist. Und dann in Zürich über Designer und Künstler, die eigentlich keine eigene Identität mehr haben. Allerdings ist Tobias Rehberger auch da drin. Das bedeutet, dass alles gemischt ist. Das ist eigentlich der Vorgang. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber das ist so gezeigt. Installation von Designer, Installation von Künstlern und so weiter. Das stellt wirklich die Frage, ist Kunst Design, ist Design Kunst? Das ist aber vielleicht die aktuellste von einer Reihe von Ausstellungen über diese Problematik. Und auch Bücher. Alex Coles hat ein Buch »Design Art« geschrieben in 2005 über Künstler, die Installation oder Arbeiten machen, die sich mit Möbeln oder Anwendungen auseinandersetzen. Dann war in Cooper Hewitt Museum in 2004 eine Ausstellung »Design Not Equal Art« von Judd to Wright Reed. Da war vor kurzem meine Ausstellung im Grand Palais »Design contre Design«, wo auch ein kleiner Beitrag im Katalog ist über die Kunstdesign-Fragestellung. Ich hatte auch, als ich die Fragnau-Path-Calais geleitet habe, meine letzte Ausstellung war eben auch eine Auseinandersetzung zwischen Kunst und Design anhand der Ankaufspolitik, die ich dort eingeführt hatte. Da kann man sich also auch fragen, heutzutage auch für die Kölner, kann ich Ihnen nur empfehlen, bei der Oppenheim Bank vorbeizuschauen. Da wurde nämlich heute eine Installation von Jeppe Hein inauguriert. Das ist ein Fountain, ein Brunnen mit Bank und Zoo, die auch voll die Frage stellt. Allerdings Jeppe Hein, der hier auch im Museum vor ein paar Jahren ausgestellt hatte, hat ja auch vor kurzem ein Restaurant-Café in Kopenhagen gegründet. Das heißt Karriere, wo viele Künstler, unter anderem Dan Graham, irgendwie ein Dragset und so weiter, Installation und gebrauchliche Teile gemacht haben. Und auch ein Designer, Robert Stadler von den Radiodesignern. Also ein Künstler, der sich auch vollkommen in dieser Fragestellung eben positioniert. Dann gibt es auch zur Zeit, kann ich auch sehr empfehlen, im Ludwigforum Aachen eine Retrospektive von Atelier Van Lieshout. Und die ist auch gerade seit Freitag. Da kann man auch noch kurz sagen, dass Job Van Lieshout, der Gründer von Atelier Van Lieshout, auch ein von den einzigen Künstlern ist, der auch wirklich Möbel editiert. Eben durch Möbel. Möbel ist eben ein Fabrikant, welches der Staat von Mastel Van das eigentlich dirigiert wird. So, das sind also einige aktuelle Sachen, die ich finde sowieso ganz im Umfang unserer Diskussion auch interessant sind. Und die auch hier heutzutage, September 2008, eben zeigen, wie aktuell die Fragestellung eben ist. Natürlich können wir auch auf die Auktion warten. Wer hat es wieder ein Möbelstück von Nussen gegen, die sich für eine Million Dollar verkauft werden. Mal sehen, wie die zeitgenössische Kunstauktion verlaufen. Heutzutage verkaufen sich viele Designstücke für praktisch so viel Geld wie eben Kunstwerke. Da sind auch Designer, die praktisch nur Einzelstücke oder Ideen entwickeln, wie zum Beispiel Martin Guichet oder Martin Bas, der sowohl Möbel eher verbrennt als Einzelstücke als die herstellt. Also das ist schon ein sehr, sehr komplexes Thema, sowohl vom Bereich Kunst wie vom Design. Aber ich finde, bevor wir über diese ganzen Fragen eigentlich, bevor wir da reingehen, wäre es, finde ich, sehr wichtig zu unterscheiden und zu sehen, gibt es denn heute noch Unterschiede zwischen Kunst und Design. Und ich finde, hier gerade zu meiner linken und rechten Seite gibt es eben zwei Kreativen, die sich sehr stark mit ihrem Bereich identifizieren. Und deshalb würde ich mich erstmal zu Tobias Rehberger und zu Konstantin Griechitsch wenden, um ihm eben die Frage zu stellen, Konstantin, weshalb sagst du, dass du eben Bildhauer bist? Das ist gar nicht erst Künstler, das ist Bildhauer. Und Konstantin, dass du industrieller Designer bist. Also ich muss sagen, ich gehe jetzt nicht gleich die Diskussion in keinem ersticken, aber für mich ist das eigentlich relativ hilfreich. Weil ich glaube, dass man das sozusagen nicht irgendwie phänomenologisch oder so abhandeln kann. Sondern für mich ist sowohl Design als auch Kunst als auch Fußballspielen einfach eine Frage von einer Perspektive. Man guckt bestimmte Dinge oder man behandelt bestimmte Dinge unter einer bestimmten Perspektive. Da gibt es sozusagen Maßstäbe dafür, bestimmte Parameter, unter denen man die anguckt oder unter denen man die benutzt. Und ein Objekt oder ein Ding, sag ich mal ein bisschen weitergepasst, ist einfach in dem Moment zu einem bestimmten Bereich zuordnenbar, unter dem dieses Ding besonders erfolgreich funktioniert. Ich glaube eben nicht, dass es einen Unterschied gibt, den man von außen unbedingt feststellbar machen muss, sondern das kommt immer darauf an, wie man mit irgendwas umgeht. Und wenn ich irgendeinen Gegenstand, beispielsweise diesen Glas oder diesen Schuh unter der Perspektive von einem Kunstobjekt angucke, dann kann der entweder erfolgreich sein, weil ich bestimmte Dinge daran festmachen kann oder nicht. Oder er ist eben als Schuh viel erfolgreicher. Und für mich ist das eigentlich die Unterscheidung. Und es gibt da für mich auch gar kein Merging oder kein Überwechslung von Positionen. Nur weil eine Kultur aussieht wie ein Stuhl, hat sie nicht automatisch was mit Design zu tun, genauso wenig wie sie unbedingt was mit Design zu tun hat, weil sie aus dem Wind oder weil sie benutzt wird wie ein Stuhl. Ich glaube, das ist einfach eine Frage der Betrachtungsweise, der Perspektive. Und von dem her finde ich persönlich eigentlich diese ganze Fragestellung gar nicht so problematisch. Ja, also ich finde es interessant, wie du es versucht zu beschreiben. Und die Perspektive, glaube ich, ist aber genau das, was den Unterschied macht, weil du von der Perspektive sprichst, eigentlich der Betrachtung des fertigen Zus oder Glas oder der Struktur. Ich glaube, der Unterschied liegt in der unterschiedlichen Perspektive während des Prozesses der Kreation, also der Entstehung. Also meine Perspektive ist, glaube ich, oder ich würde es Motiv nennen, also mein Motiv ist ein anderes wie dein als Künstler. Mein Motiv als Designer hat natürlich was damit zu tun, dass wir als Designer immer in einem Kontext der Industrie arbeiten. Das heißt, es gibt eine gewisse Kondition, es gibt einen Anspruch, es gibt eine Fragestellung, auf die wir versuchen, Antworten zu geben. Und diese Antwort, die sich dann entwickelt, ist immer eingebunden in äußere Umstände. Ich würde behaupten, dass wir diese äußeren Umstände, wir brauchen die, oder das ist auch Teil der Arbeit. Und dass du dir diese äußeren Umstände schaffen kannst, wenn du sie auch brauchst, aber sie existieren eigentlich nicht. Und ja, ich glaube, der Hauptunterschied für mich zwischen Kunst und Design ist der sozusagen aus der Perspektive des Künstlers oder des Designers und nicht am Schluss die Betrachtungsweise. Da gebe ich dir völlig recht, kann man sagen, der Turnstuhl ist genauso ein Kunstwerk wie die Skulptur oder das Bild. Aber der Prozess, also das, wie die Dinge entstehen, ist ganz anders. Für mich ist eben das Herstellen von so einem Glas oder der Entwurf von so einem Glas, dass es wirklich zu einem Industrieprodukt wird und funktioniert und schließlich auch natürlich auf den Markt kommt, das hat auch eine Bedeutung bei sowas, ist eine sehr konzentrierte Arbeit daran. Wenn du mit Objekten umgehst, glaube ich, bedienst du dich eher so dem Objekt als so ein Medium für dich. Also du benutzt ja auch Objekte in deinen Installationen, aber das Objekt ist nie eine Lampe. Du benutzt die Lampe als Medium. Wie wahrscheinlich früher sozusagen die Farbe Gelb auf der Palette, ist es plötzlich elektrisches Licht oder der Körper, der die Lampe repräsentiert. Wir arbeiten tatsächlich an dem, wir stellen tatsächlich diese Lampe her, also wir arbeiten noch viel elementarer an diesem Ding. Also ich habe das jetzt gar nicht nur so aus der Betrachterperspektive gemeint, sondern auch, wie du sagst, aus der Perspektive des Produzenten, dass ich mich natürlich für bestimmte Probleme oder so Dinge, die ich als Probleme in der Kunst ansehe, interessiere. Und unter diesen Parametern der Problematik natürlich genauso konzentriert und ernsthaft daran arbeite. Also das liegt einem ja nicht zu, aber es gibt natürlich, jeder Künstler hat so, denke ich, eben seine Probleme mit der Kunst sozusagen, aus diesen Problemen arbeitet er heraus und versucht Lösungen auf Fragestellungen zu finden, die er sozusagen für relevant in der Kunst hält. Und so stelle ich mir das aber eigentlich im Prinzip bei allem vor. Also du hast ein Problem und versuchst das auf diese spezifische Art und Weise, die dir zur Verfügung steht, zu lösen oder darzustellen. Ja, wobei, also im Design ist es nicht ganz so subjektiv nur. Also Dinge, die wir herstellen, sind, wenn ich von, und ich glaube, das richtige Beispiel wäre jetzt über Industriedesign zu sprechen und nicht über Design von Einzelmöbeln. Weil das Industriedesign wäre sozusagen wirklich das andere Ende des Spektrums, wo es nicht nur um mein subjektives Problem geht, ob das nicht eine Lösung finde, sondern am Schluss gibt es eine Beurteilung davon durch die Benutzer. Und das sind Dinge, die werden produziert für einen Nutzen und natürlich auch für einen Markt. Ich spreche da gar nicht so gerne drüber, weil es immer nur noch erstmal nach Geld klingt, geht aber gar nicht drum. Aber so ein Glas oder so ein Turnstuhl muss am Schluss, weil es ein Industrieprodukt ist, geht man von vornherein davon aus, dass es in einer bestimmten Stückzahl hergestellt wird. Und diese Stückzahl, die ist uns bewusst als zu sein. Also wir müssen, wir können nicht sagen, naja, wenn es am Schluss nur zehn Leute kaufen, ist es für uns persönlich trotzdem ein erfolgreiches Produkt gewesen. Es gibt also immer diesen Anspruch, der liegt schon außerhalb unseres subjektiven Motivs vielleicht, dass es jetzt ein schöner Stück geworden ist. Könnten wir eventuell von einem ganz konkretes Beispiel reden, nämlich ich finde, das würde das wirklich ergänzen, diese beiden Sichten. Und das ist diese Arbeit, die Sie draußen sehen im Foyer. Das ist eine Installation, eine Skulptur von Tobias Rehberger. Infektion 3B1 plus KG1 von 2008. Und in dieser Arbeit ist eben auch ein, sagen wir mal, Readymade, der jetzt nicht anonym ist, sondern von Konstantin Griechitz. Und das ist eben, ich finde, ein perfektes Beispiel von einem Produkt des Industrial Design. Es ist eben vielleicht auch ein von den Startprodukten, die Sie entworfen haben. Das ist auch auf dem Cover von Ihrem Katalog zum Beispiel. Und das heißt Chair One, das ist von Magis produziert. Und Magis, das ist sowieso interessant, weil wir natürlich sehr hohe Auflagen haben und die Preise sind eigentlich nicht so hoch, sodass die Produkte auch wirklich verbreitet werden können, wenn die erfolgreich sind. Aber das wäre ganz interessant, vielleicht Konstantin, wenn du erklären könntest, durch diesen Beispiel eben, wie du eigentlich dieses Produkt entwickelt hast, was die Forderungen auch vom Unternehmen waren, wie du die Lösung gefunden hast, also diese ganzen Limits eigentlich, die im Bereich des Designs existieren. Und dann vielleicht danach, weshalb, Tobias, du dich für dieses Produkt eigentlich interessiert hast. Es gibt ja so viele, weshalb dieses. Ja, vielleicht muss ich vorausstellen, dass ich, also wenn dieser Hersteller auf mich zukommt und wir zusammen eine Schule entwickeln, dann bin ich als Designer nicht nur der Dienstleister. Also ich bin nicht der, ich habe auch eine gewisse Autorenschaft. Also von daher, es gibt diese Subjektive, auch in meiner Arbeit, das wollte ich nur klarstellen, weil ich das vielleicht eben so extrem sozusagen abgewendet habe. Das heißt, dieser Hersteller kommt zu mir, weil er meine Arbeit kennt und sich aus der Zusammenarbeit mit mir ein bestimmtes Resultat oder so ein Projekt, so ein Arbeitsprozess erwartet. Es gibt den Kontext, den die Firma, der Produzent stellt. Das ist ein italienischer Hersteller, in dem Fall, der in dem, sagen wir mal, Designmöbelbereich eine gewisse Rolle spielt. Diese Rolle kann man festmachen daran, dass der weltweit diese Dinge verkauft. Das heißt, es gibt diese Erwartung, Produkte wirklich auch weltweit zu verkaufen. Das heißt, es gibt bestimmte Stückzahlen. Und jedes Projekt, was wir für diesen Hersteller und Hersteller dieser Art machen, hat sofort diesen Anspruch. Es geht um ein Industrieprodukt. Industrieprodukt in dem Sinne, dass es gibt, ich würde sagen, so Stückzahlen, also von dem Stuhl, wenn wir ganz konkret dabei bleiben, wir verkaufen zurzeit ca. 15.000 bis 20.000 von diesen Stühlen pro Jahr. Für den Kunstwerk wird es eine ziemlich hohe Auflage. Bitte? Für den Kunstwerk wird es eine sehr hohe Auflage. Ja, es ist ja keine Kunst, es ist ja Design. Und um so ein Produkt möglich zu machen, gibt es eine Entwicklungsarbeit, die man zusammen macht, Designbüro plus Hersteller. In dem Fall haben wir drei Jahre an so einem Ding gearbeitet, von erster Idee über Entwicklung usw. Das geht dann auch in die Phase, wo der Hersteller wirklich investiert in Maschinen, in Werkzeuge, um das herzustellen. Damit man irgendwann also auf diesen, jetzt metaphorisch gefahren, auf diesen Knopf drückt und die Dinge werden sozusagen wirklich industriell produziert. Und dieser ganze Prozess, der jetzt zusammengefasst erklärt ist, das stellt diesen äußeren Kontext ein, in dem ich mich als Designer bewegen muss und ich brauche den auch. Ich glaube, deswegen bin ich auch Designer geworden, weil mich genau das interessiert, die Kreativität, die sich innerhalb gewisser Constraints oder Bedingungen entwickeln kann. Und die Kunst ist natürlich nicht, sozusagen innerhalb dieser Grenzen trotzdem Autor zu bleiben. Man ist, das habe ich anfangs gesagt, man ist nicht nur Dienstleister, man erfüllt nicht nur Handwerk nach bestimmten Regeln oder Methodik, sondern es ist wirklich, es ist eine, man ist sozusagen, man steuert durch diese Bedingungen immer einer eigenen Idee folgend. In dem Fall von diesem Stuhl war meine Idee, hat sehr viel mit dem Material zu tun, damit wie der Stuhl gemacht wird, aus Aluminium, Druckguss. Und das war mein Wunsch, die radikale Vereinfachung eigentlich oder Reduktion von etwas, auf was man sitzen kann, auf die sozusagen minimale oder maximale notwendige Konstruktionsstruktur. Daraus hat sich die Form ergeben, die natürlich auch eine gewisse Ästhetik hat. Ich will nicht sagen, dass sozusagen die Ästhetik nur Resultat eines Engineering ist oder einer dieser pragmatischen Konstruktion ist. Die Ästhetik entsteht aus dem Prozess und wird natürlich auch von mir sozusagen zugelassen oder abgewendet. Aber ich glaube, am Schluss ist der Stuhl, der jetzt als Bild sehr stark geworden ist, den hat es nie am Anfang des Projekts als starkes Bild gegeben. Das hat sich erst entwickelt, sozusagen aus dem Entwicklungsprozess. Also für mich ist das doch ein gewisses Resultat einer Logik. Wenn ich mal eine Frage habe, spielt denn da eine Rolle, dass man sich dem Geschmack des Publikums fügt oder will man einen Geschmack bilden? Weder noch sich dem Geschmack des Publikums fügen, ist, glaube ich, ganz falsch. Und Bilden finde ich auch zu anmaßend. Ich glaube, man versucht aus der eigenen Erfahrung, und ich glaube, man versetzt sich auch selber in die Rolle eines ganz normalen Menschen, und der sich auch auf so einen Stuhl entweder setzen würde oder nicht, und mit Erwartungen, die man an Stühle hat. Ich glaube, in dem Moment, wo ich mich selber sozusagen als den Maßstab oder den kritischen Maßstab betrachte, bin ich sozusagen stellvertretend schon für eine Allgemeinheit, aber ich bedanke mich dem nicht in, ich versuche dem nicht, ja, wie gesagt, ich glaube, es geht nach wie vor um so eine eigene Haltung. Also man selber, weil man sich mit diesen Dingen so konzentriert beschäftigt, kann man, glaube ich, gewisse Schritte weitermachen, wie jemand, der mir zum Beispiel das Briefing gibt, oder wenn man im Publikum fragen würde, aus dem Stuhl konnte das sein, nur sozusagen aus diesem Arbeitsprozess und der intensiven Auseinandersetzung, damit, glaube ich, kann man diese entscheidenden Schritte weitergehen und zu sagen, also wenn wir den Stuhl sozusagen große Löcher reinschneiden, oder es umgekehrt gesagt aus dünnem Ästen aufbauen, kann man trotzdem noch drauf sitzen, und der Stuhl ist eigentlich für den Außenbereich gedacht, also wird es eigentlich sehr ökonomisch, aber auch sozusagen dem Kontext angemessen, das Ding wird nicht so dreckig, wird nicht so heiß oder wird nicht so kalt, deswegen was vertroppt ab, also ich könnte, es gibt auch solche Überlegungen, die stehen nicht im Vordergrund, die spielen aber trotzdem mit. Ich glaube, man kann das Publikum sozusagen da durch die, wenn man überzeugt, kann man sich da hinbringen, dass wir am Schluss den Stuhl akzeptieren, immerhin 20.000 ungefähr, sagen wir mal, pro Jahr. Ja, und Tobias, weshalb hast du in diesen Stuhl gewinnt? Also ich habe ja, ich behaupte in meiner Arbeit, eine große Vorliebe, sozusagen schon vorgefertigte, starke Ästhetik einzubauen, weil mich interessiert das, wie das in meiner eigenen Kunst funktioniert, von was ich beeinflusst bin, wo die Dinge herkommen und was dann daraus entwickelt wird. Und diese Lampe, die da drüber hängt, kommt ja aus einer Ferie von Arbeiten, die mit diesem Kleppband gemacht sind, wo die eigentlich davon handeln, wie Leute, die jetzt in dem Fall für mich arbeiten, sozusagen quasi im Vorauseilenden, Gehorsam Dinge für mich produzieren, dann von denen sie annehmen, dass sie dem entsprechen, was ich gut finde. Und sie sind deswegen aus diesem Klettband gemacht, weil ich dann eben von dem, was sie vorgestellt haben, dann ins Atelier hingehe und die dann sehr schnell und einfach umbauen kann oder auch nicht umbauen kann, je nachdem, wie weit das dem entspricht, was ich mir selbst vorstelle und wie weit die anderen Leute sozusagen dem versuchen zu entsprechen, was ich mir vorstelle. Und diese Arbeit dann, dieses Geflecht von diesem Kleppband mit dem Stuhl zusammen ist sozusagen eine Verlängerung in nochmal eine andere Dimension, wie das da nur was hängt. Aber ich bin grundsätzlich sehr daran interessiert, auch an Dingen, von denen ich beeinflusst bin und bin dann interessiert, warum mir das so geht und wie ich die dann sozusagen als, keine Ahnung, wie die dann durch mich durchgehen und irgendwie vielleicht zu etwas anderem werden. Aber ich bin immer daran interessiert, meine eigene Arbeit in einer gewissen Weise stark von außen beeinflussen zu lassen. Und das zuzuleiten auf einer Art. Ja, und hast du auch gemacht, das ist so eine Art Ready-Made-Rektivier, weil du da drauf gemalt hast, Graffiti. Naja gut, das ist dann sozusagen so, wie ich das jetzt gerade mit diesen Kleckobjekten beschrieben habe, wie ich sie dann auf eine relativ einfache Art noch ein bisschen umbaue und so meinen eigenen Schmutz noch drauflege. Das finde ich ja gut. Also das gefällt mir auch an der Arbeit, dass du auf jeden Fall eingegriffen hast, mein Objekt ist zu deinem geworden. Und so wie ich das vorhin gesagt habe und vielleicht interpretiert habe, dass du, also für dich ist der Stuhl einfach so ein Medium, oder? So ein Stück Material. Genau, ein Stück Material oder ein Stück Farbe. Also der Mike hat mich vorher gefragt, ob ich dich gefragt hätte, ob ich den benutzen darf. Also da hätte ich jetzt irgendwie nie dran gedacht, weil ich das auch überhaupt nicht als ein Problem der Autorenschaft sehe. Ich hätte auch kein Problem, wenn meine Arbeit von jemand anderem aus irgendeiner Art und Weise benutzt, dass die ihm gerecht wird. Also ich finde, das ist irgendwie so ein komischer 19. Jahrhundertbegriff von Autorenschaft. Ja, wobei, ja. Also ich finde es auch ganz richtig, ich bin froh, dass du mich nicht gefragt hast, was ich auch sagen soll. Du kannst in den Laden gehen und den kaufen und dann ist das sowieso dein Ding. Aber ich glaube natürlich, also im Design ist diese Frage der Autorenschaft schon viel kritischer. Also wir bedienen uns nicht so einfach den... Ja, aber es wäre nur eine Verhinderungstraktik irgendwie. Warum denn nicht? Also ich bin zum Beispiel auch... Also meine Einstellung ist immer so, wegen Sammlern jetzt. Ja, da komme ich jetzt gerade noch so drauf, weil es so eine Fortsetzung ist. Ich finde es unheimlich wichtig, dass wenn ich eine Arbeit abgebe, wenn das jemand kauft, dass der dann sozusagen eine gewisse Verantwortung dafür übernimmt. Und dass der auch eine Verantwortung nicht nur in meinem Sinne übernimmt, dass er das irgendwie wieder toll restauriert und irgendwie so macht, wie er angeblich denkt, dass ich das gemeint habe. Sondern ich kann mir eben auch durchaus vorstellen, dass irgendjemand, der dieses Objekt dann besitzt, das in einer Art und Weise und am besten natürlich in einer intelligenten und vielleicht erhellenden Art und Weise so benutzt, wie ich das vielleicht gar nicht gedacht habe. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn jetzt... Also es ist wirklich so, das sage ich jetzt nicht komplett, sondern ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jemand dann einen Teil von so einer Skulptur in einer anderen Farbe einstreicht. Das würde mich interessieren. Das habe ich noch nicht über... Ja, nee, aber... Aber ich wollte... Komm, ich gleich mal durch. Ich wollte noch mal was zu dieser Autorenschaft sagen. Also die Praxis, das ist ja sehr gut beschrieben worden, und die entscheidet sich natürlich unendlich von der Praxis des Künftes. Und insofern würde ich diese beiden Fragen, die gestellt werden, würden einfach mit Nein beantworten. Ganz schlicht und ergreifend. Es sind ja auch schließlich zwei Begriffe, die zwei verschiedene Felder behandeln. Aber es geht um die Schnittstellen. Es geht darum, wo treffen die sich. Ich glaube, gerade in dem Begriff des Autoren treffen sich Kunst und Design. Es ist so, das Design ist ja im Prinzip funktional angelegt, während die Kunst wenigstens nach Erlangung der Autonomie, man streitet sich darüber, ob das eben so ein 19. Jahrhundertbegriff ist, aber im Prinzip autonom angelegt ist. Und alle Versuche, den Autoren auszuschließen, ich kenne sie, namigfaltige Besuche, haben in der Kunst letzten Endes ja nicht gewirkt. Der Autor ist immer wieder zurückgekehrt. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo sich Design, wo versucht das Design, diesen Autorenbegriff, man kann auch mal sagen, verböswillig ist, anzuzapfen aus der Kunst. Viele Bereiche, die Mode und so, zapfen die Kunst an. Sogar die Gesellschaft als solche zapft die Kunst an. Wir kommen in einen ganz allgemeinen Kulturbegriff. Das wäre auch noch mal für mich ein interessantes Thema. Also die Privatisierung der Kultur, die ja mit Riesenschritten vorangeht, die Mittel für die Museen noch nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Ja, und das sind für mich die wichtigen Fragen. Aber ich glaube, dass das Dysfunktionale der Kunst immer wieder aufgenommen wird vom Design. Und wenn Sie Stardesigner haben, genauso wie Sie Starrarchitekten haben, die formen ihre ganz eigenen Sachen. Die scheren sich um gar nichts, was die anderen Leute denken. Da ist dann die Überhöhung da. Es ist nicht mehr so bescheiden, wie Sie das gesagt haben, sondern da verkauft man seinen eigenen Stil. Ja, lassen Sie mir das Wort. So, ich rede vielleicht ein bisschen lang. Entschuldigung, bitte. Also das war mir wichtig, also da zu unterscheiden. Auch in der Kunst hat man ja versucht, weg vom Autor, weg von der Autonomie, immer wieder soziale Elemente reinzubringen. Ja, das ist ja das Entscheidende. Hat die Kunst soziale Elemente? Da, von der Seite kommt die Kunst dem Design nahe. Von der Autorschaft kommt das Design. Und das Design leider Kunst bedient. Aber amortiert bedient sich die Kunst, was das Soziale angeht, die soziale Praxis auch letztendlich. Und nach den 60er Jahren hieß es, jede Kunst muss kulturrelevant sein, muss gesellschaftsrelevant sein. Wenn sie nicht gesellschaftsrelevant war, dann durfte sie nicht auftreten. Das waren Jahrzehnte, 60er, 70er Jahre. Nicht, bis der Autor wieder die Überhang gebracht hat. Gut, das wollte ich mal anfügen. Aber beim Stardesigner, das wäre für mich eine interessante Figur. Da sieht meines Erachtens alles anders aus. Obwohl Konstantin Ritschitsch ist, wie Sie durch Artcover auch gesehen haben, der Stardesigner. Ich weiß nicht, warum ich so gescheitere bin. Das tut aber nicht so. Das ist immer dein Problem, Herr Alain. Das kenne ich schon. Ich habe einfach nichts versucht. Dann glaubst du dem nicht. Nee, ich höre, was ich höre. Aber was eigentlich schon interessant ist, auch in Ihrer Analyse und Ihrer Bemerkung, ist auch, wie das vom Publikum eben verstanden ist und worüber kommuniziert wird. Nämlich, wenn man an Mark Moussen denkt, zum Beispiel, wo seine Einzelstücke oder kleine Serien ein Vermögen kostet, zur gleichen Zeit bleibt er ein vollständiger industrieller Designer. Wenn Sie jetzt in Qantas Airlines steigen, alles, das ganze Integriere Design ist von ihm entwickelt. Und wenn Sie hören, wie er das ausgedacht hat, wie breit ein Sitz sein soll, sodass man ein bisschen mehr Platz hat zu sitzen, das sind alles, das ist wirklich die Denkensweise eines Designers. Und ja, heutzutage kommuniziert man oder hört man viel über die Stücke, die eine Million wert sind, aber zur gleichen Zeit er ist hauptsächlich ein industrieller Designer. Dann gibt es andere, wie Martin Sekelin, ich denke zum Beispiel an ein Franzose, der macht jetzt eigentlich mehr und mehr Einzelstücke und kleine Serien bei Creo und so vieles industrielle Design macht er nicht mehr. Also, weil eben diese Kunst-Design, sagen wir mal, einen großen Erfolg hat. Das ist also schon eine sehr komplexe Frage, aber ich denke, jemand wie Konstantin Gritschisch, da kommt jetzt vielleicht auch ein bisschen später zu, hat ja auch schon Einzelstücke und kleine Serien gemacht, obwohl das nicht der Hauptansatz ist. Aber was uns jetzt eigentlich, finde ich, sehr interessieren würde, weil Sie auch von den Schnittstellen gesprochen haben, ist eben Mike Merrill. Nämlich, wenn man schon liest, wie Sie sich darstellen, da ist nicht nur ein Wort, da sind mehrere Begriffe und Begriffe, wo man hier diese zwei Positionen hört, man würde denken, ja, sind die eigentlich nicht ein kreativisches Gegensatz, also autonomisch. Interessanterweise habe ich das auch am Anfang gedacht, also mir war das gar nicht so klar, wie ihr dann theoretisch in der Definition dessen, was ihr tut, euch eigentlich auch abgrenzt voneinander. Weil ich glaube, letztendlich ist es natürlich immer so, Interesse steuert die Wahrnehmung und das liegt ja dann doch im Auge des Betrachters, weil Sie, Herr Falkenberg, haben eben gesagt, in Bezug nimmt auch die Skulptur von Tobias, inklusive dem Stuhl von Konstantin, dass der Designer die Kunst anzapft. Jetzt könnte ich ja sagen, Tobias hat aber schon den Stuhl genommen und eigentlich hat er als Künstler den Designer angezapft. Das ist ja nun wirklich so ein 50-50-Piece da draußen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was wir heute begreifen müssen. Und ich empfand das eben am Anfang, sage ich jetzt einfach mal, so ein bisschen schwer. Weil ich dachte, man geht schon eigentlich ein bisschen leichter damit um. Nicht, dass ich jetzt für Oberfläche oder für eine gewisse Oberflächlichkeit appelliere, aber ich glaube, das ist einfach auch ein Phänomen unserer Zeit. Ich habe gemerkt, ihr eiert mit dem Begriff rum, Autorenschaft, Identität, Dienstleister, Markt. Und machen wir uns nichts vor. Ich meine, der Kunstmarkt ist sowas von am Explodieren. Das ist schon wirklich pervers teilweise. Und genauso, ich habe immer das, also bei mir war das natürlich auch so von der, ich bin ja jemand, der am Anfang nicht gesagt hat, ich bin jetzt Künstler oder ich bin jetzt Designer, sondern ich habe halt mein Magazin gemacht. Darüber bin ich halt Artdirektor geworden. Das ist dann in der Werbeszene gesehen worden. Dann war ich eine Werbeagentur. Das denkt man bis heute hinterher. Ist aber okay, kann man Geld mitverdienen, solange man sich nicht zu sehr verstellen muss. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich durch sehr, sehr interessante Persönlichkeiten, und das sind dann für mich zum Beispiel die Unternehmer, die mir sehr gute Möglichkeiten oder sagen wir Situationen geschaffen haben, wo ich mich selbst entdecken durfte. Ich habe nicht eine klassische Ausbildung als Designer, ich habe nicht eine klassische Ausbildung zum Beispiel als Künstler, aber inzwischen 25 Jahre Erfahrung und war in unterschiedlichsten Disziplinen. Und was ich nur sagen kann, ist, in dem Moment, wenn ich einen Auftrag annehme, versuche ich innerhalb dieser, da bin ich dann ganzer Industriedesigner, natürlich gibt es immer von der Industrie, wenn man mit der Industrie arbeitet, gibt es natürlich Parameter, die muss man berücksichtigen. Und dann hatte ich halt glücklicherweise vor drei Jahren diese Möglichkeit, dieses Farmprojekt, das Farmprojekt zu realisieren. Und dabei ist mir aufgefallen, mag auch mit gewissen persönlichen Situationen zusammenliegen, dass ich dort auf einmal eine Designrichtung, also ich habe ein Designprojekt angenommen und einen architektonischen oder einen kulturellen Kontext definieren wollen für eine Armatur. Und das ging ja übrigens auch zurück auf dieses Statement, weil das kurz vorhin erwähnt wurde, das war ja auch, wenn ich das ganz kurz nur sagen darf, ein wichtiger Schritt, weil an diesen Schritten habe ich genauso gelernt wie Herr Dornbach, genau wie das Marketing, genau wie der Vertrieb, weil letztendlich geht es doch heute in dieser sogenannten Wissensgesellschaft darum, ein Content zu produzieren und was wir merken, ist, dass das Design und Kunst für einen Lifestyle-Faktor geworden ist. Alles ist da draußen designed. Also ist es doch auch mal, oder sagen wir, in den letzten zehn Jahren wurde sehr, sehr viel ästhetisch unternommen. Und das liegt doch nahe, dass halt ein Industriedesigner auch versucht ist, vielleicht sich mal auf experimentelle, limitierte Editionen einzulassen, um in diesem, sage ich mal, jetzt wie der PC-Kontext auch etwas anderes zu probieren. Das kann doch nachher wieder hochinteressant sein für die Massenproduktion. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an Fashion, weil ich habe immer das Gefühl, das eine, die eine kulturelle Disziplin ist mehr wert als die andere. Das ist aber nicht so, genau. Ich empfinde das nämlich nicht so. Natürlich habe ich manchmal auch Kopfschmerzen, wo ich sage, darf ich das machen, darf ich ein Haus da? Okay, ich habe ein Haus gebaut hier, ich habe da was gemacht, diese Geschichten und kann einfach nur hoffen, dass ich immer mit einem sehr, sehr guten Team unterwegs bin und letztendlich mir selbst auch einen Kontext schaffe, wo das dann, was Fachfragen anbelangt, auch ermöglicht wird. Aber worum es mir eigentlich geht, ist doch, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, wir sind jetzt irgendwie die ersten zehn Jahre, wir kommen langsam raus aus diesen postmodernen Ebenen. Es ist alles in Bewegung, das Leben folgt einer Agenda. Dieses ewige Definieren wollen und das ist das, was am Anfang passiert ist. Ist Design so per Definition, ist Kunst, ist Freigeist, Autorenschaft? Ich glaube, es geht darum, deutlich zu machen, dass die Dinge in einer Bewegung sind und nichts ist endlich und all das, was immer man definieren will, hat einen gewissen Zeitraum, hat aber auch schon ein eingeschriebenes Verfallsdatum. Und ich finde, das hat so viel Sentimentalität und es ist so unheimlich nostalgisch, immer dann das definieren zu wollen, was mich ausmacht. Jetzt wird so, ich mache etwas, übernehme das, übernehme auch die Verantwortung, die Autorenschaft und werde das Beste tun, was ich kann und hoffe, ist es ein Erfolg oder nicht. Ja, man muss sich doch unterhalten können. Natürlich. Absolut. Nicht also, wenn wir die Begriffe nicht mehr benutzen dürfen, wo kommen wir da hin? Genau. Deswegen will ich ja auch mal ein bisschen. Also ich finde auch, ich bin eigentlich mehr an, es geht ja nicht um Abgrenzung oder um Feindschaft oder auch gar nicht um Nostalgie. Um die Hierarchie, um die Hierarchie. Aber es geht schon um Differenzen und diese Differenzen interessieren mich mehr als die Gemeinsamkeiten. Weil das ist, wie du sagst, da kann man sich dann unterhalten und nicht nur unterhalten so, sondern da kann man auch nachdenken, sich selbst unterhalten. Ja, Konsens ist ja dann am Ende auch langweilig. Was? Auch langweilig. Ja, weiß nicht. Ja, ich finde es auch einfach zu leicht zu sagen, dass immer alles möglich und dynamisch und so ist. Und ich finde eben genau, gerade heute ist es wieder so viel wichtiger und eben anspruchsvoll zu sagen, präzise, was ist es genau, was man will. und auch diese Einschränkungen, die ja gar nicht bedeutet, dass man nicht zum Beispiel so arbeitet wie du, wo sozusagen die Bewegung oder die Materie, mit der du umgehst, viel breiter ist wie bei mir. Und ich glaube, trotzdem hat es am Schluss eine unheimliche Rechtsvision und es ist eine Entscheidung, genau das zu tun. und es ist nicht so, nur so, ja, wir können eigentlich heute alles machen und wann man... Sie sagt nicht anything goes. Ich bin da sehr präzise in den Dingen, die ich da mache. Und das ist halt auch das Wichtige und deswegen, ja, deswegen habe ich wahrscheinlich eher immer das Dilemma, dass ich eben nicht sagen kann, ich bin nur das eine. Ich bin halt einfach vielleicht auch so konditioniert, dass ich inzwischen auch verschiedene Dinge oder verschiedene Hüte... Das sind doch fast alle, weil das ist eine kleine Ausnahme, multilayered zu sein. Ja, und ich meine, aber diese Sachen, die Sie vorhin sagten, dass jemand zu sich finden will oder sich finden will, wenn ich die Formulierung richtig wiedergebe, das ist ja so ein klassisches Role Model von einem Künstler. Und ich finde, wir sollten schon, auch wenn man nur typologisch reden kann und keine scharfen Kategorien beziehen kann, sollte man doch schon versuchen, die Kernbereiche zu bewahren. Ich fand immer sehr interessant, ich habe neulich ein Interview mit Boris Kreust über Design gelesen und da vertrat er die These, wenn das ein Designer, die würde ich gerne mal die Frage stellen, an die Designer, dass ein Designer eigentlich unbequeme Sachen machen muss. Ich bin dieser Sessel hier, der ist wahnsinnig bequem und dann konzentriert man sich nur noch auf die Bequemlichkeit, also auf die Funktionalität und dann ist das Design untergegangen. Also Boris Kreust ist das Vertrag der These, gutes Design muss unbequem sein, muss schmerzen, damit es auffällt. Das würde ich gerne mal, die Frage würde ich gerne mal an Sie stellen. Ich will jetzt nicht über Bequemlichkeit reden, weil das ist so ein ganz anderes Feld. Aber ich glaube, diese Bequemlichkeit der Dinge oder wie Design unbequem sein kann, ich glaube, das ist die Rolle vielleicht von einer gewissen Design-Avanguade, die es innerhalb der ganzen Design-Szene und Bewegung gibt und auch geben muss und die ganz wichtig ist. Also ich würde das auch immer behaupten und sehe auch in vielen, was wir als Büro machen, das sogar fast als Rolle, auch gewisse Dinge zu stören und sozusagen in diesen Grenzbereich zu bringen, wo Dinge vielleicht unbequem werden, aber es gibt, und das ist eine, eben habe ich von Industriedesign gesprochen und von diesem Anspruch, dass die Dinge, da auf dem Markt vielleicht 20.000 Mal verkauft werden müssen. Jetzt würde ich von Dingen sprechen, die das überhaupt nicht tun, aber trotzdem mit der Industrie arbeiten und vielleicht ein gewisser Vorreiter sind für Entwicklungen, die dann in Gang kommen. So ein ganz bekanntes Beispiel ist natürlich, oder also das Bauhaus ist auch so ein Beispiel. Das Bauhaus hat alles verändert, was wir, also sagen, was für uns heute ganz normal ist, war damals absolute Avantgarde. So wollte niemand leben, auf solchen Stühlen wollte, die man sitzen. Das Riedfeld. Bitte? Das Riedfeld brüchlich? Sind Sie die Seisende und die Stühle? Da muss man sich ziemlich klar unterbeugen, weil ich das sehe. Aber Memphis in den 80er Jahren war nochmal so ein Beispiel, das waren Dinge, die nie wirklich produziert worden sind, die existiert haben als Bilder. Aber diese Bilder haben über Jahre, inzwischen Jahrzehnte, das, was heute von der Industrie produziert wird und vom Markt auch angenommen wird und für bequem oder gut und schön gefunden wird, absolut beeinflusst. Und das heißt, es gibt natürlich auch das im Design und auch im Industriedesign, und das ist die Rolle so von einem, vielleicht so, das ist das Privileg gewisser Designbüros und Designer und das ist die Rolle gewisser Firmen auch, die das überhaupt schaffen, mit solchen Designern auch so an der, an der, an der, an der Vorderungssprung von, von, von neuen, Produktästhetiken und Technologien und überhaupt Umsetzung von, Funktionen, auch das, wie verändert sich eigentlich unser Umgang mit Dingen, also wie wird überhaupt dieser Begriff der Funktion immer wieder auch neu definiert, also die, in den 80er Jahren haben die plötzlich gesagt, die Emotion ist die Funktion, ja, das hat da vorher noch niemand sozusagen in Betracht gezogen, heute ist das ganz normal, wir reden ständig von der Begehrlichkeit der Dinge, die ganz wichtig ist, die Menschen kaufen Autos, was sie schön finden, weil wir sowieso wissen, dass die Autos alle funktionieren und sicher sind und sparsam sind, das Hauptkriterium heute bei Autos ist das Design, also das ist eher die Emotion, die da designt wird. Vielleicht, wir sahen ja hier auch zwei unterschiedliche Positionen, eigentlich zwei, die sich eigentlich ähneln in dem Bereich, das man doch sah, also eine Künstlerposition, eine Designerposition und Sie, wo Sie mehr so frei agieren, kommt das vielleicht auch nicht teils durch Ihre unterschiedliche Ausbildung, da will ich auch ganz besonders sagen, dass man vielleicht auch eine spezifische Identität auch entwickelt durch die Ausbildung. Das ist eine Frage, wofür ich mich besonders interessiere, seit ich an der Akademie in Straßburg war, weil wir sowohl bildende wie angewandte Kunst hatten und das war schon sehr, sehr stark auch heute noch, dass die Ausbildung, obwohl alle unter dem gleichen Dach waren, die Ausbildung von der Designabteilung oder von der Grafikdesignabteilung sich eher ähnelten, von wie ihren spezifischen Bereich lernten, als ein Kunstbereich, was tatsächlich freier war und wo der Hauptansatzpunkt war, wie man eben seine eigene Identität und Sprache entwickelt und in diesem freien Raum agiert. Und in zum Beispiel Grafikdesign oder Produktdesign war das eher ab Constraints, wie man innerhalb den Constraints seine eigene Persönlichkeit als Schaffer, als Designer eben auch ausbauen kann. Und das würde mich wirklich interessieren, auch damals, Tobias, du warst ja an der Städelschule und Konstantin, du hast ja eigentlich auch eine sehr typische Ausbildung von vielen Designern. die eigentlich hinterher auch ihre eigene Sprache so entwickeln, dass du peils eine angewandte, also Möbelschreiner Ausbildung gemacht hast und dann durch die Royal College of Art eben wirklich eine Universität, die sehr stark im Bereich Design ist und mit solchen Designern wie Jasper Morsen umstudiert hast. Und das wäre schon interessant, auch diese zu hören, ja, gibt es wirklich eine andere Denkensweise, gibt es eine andere Vorgangsweise, die man schon da entwickelt. Ich weiß nicht sehr viel über die Ausbildung von den Designern, aber also in der Kunst halte ich eigentlich das für das Wichtigste, dass man Leuten, die, also erstmal muss man sich für Kunst interessieren, ja, also das ist der Ausgangspunkt von allem, dass man sozusagen, dass man das so umtreibt und so verrückt macht, dass man damit was zu tun haben will, ja, und dann bietet so eine Kunstakademie eben, finde ich, so ein bisschen so ein Schutzraum, wo man sich einfach entwickeln kann und wo man sozusagen für sich selber einen Weg machen kann, wo man das, was an der dran umtreibt, so ein bisschen rausfinden kann und sozusagen das Problem oder die Probleme, die einen umtreiben an der Kunst zu formulieren. Also es gibt ja nicht eine wirkliche Ausbildung, glaube ich, als Künstler, sondern die Lehrer, die dort sind, die sind mehr oder weniger so ein bisschen Steigbügelhalter, aber die Leute, die dort versuchen, was zu entwickeln, müssen ja immer was entwickeln, was sozusagen über das rausgeht oder das, oder zumindest was anderes ist, was das ist, was die Lehrer machen. Also deswegen kann man eigentlich Kunst niemandem beibringen, sondern man kann nur ihm helfen, jemandem helfen, das für sich selbst hinzukriegen. Aber ich kann ihm nicht sozusagen sagen, wenn du das gelernt hast und das gelernt hast und das gelernt hast, das sind alles Dinge, die ich dir sagen kann, dann bist du ein Künstler. Also das weiß ich nicht, ob das ein Design, also da gibt es bestimmt vielleicht so ein bisschen ein paar praktischere Dinge, aber im Endeffekt muss es bei einem Designer, glaube ich auch so sein, dass ihn bestimmte Dinge umtreiben, dass er bestimmte sozusagen Fehlstellen in diesem Bereich sieht, die er gewillt ist oder wo er Spaß dran hat, die auf eine gewisse Art und Weise aufzufüllen. Sonst, ich meine, das sind ja die Antriegsfehler von allen, sonst macht man das ja nicht. Ja, ich glaube, als ich damals angefangen habe, nach der Schule dann sozusagen die Ausbildung, die mich zu denen gemacht hat, wusste ich eigentlich nicht, dass mich Design so umtreibt. Ich wollte Dinge bauen, da finde ich das bei mir an und deswegen habe ich gelernt, wie baut man Dinge, also ich komme deshalb ganz konkret aus so einem Handwerk, also aus dem, tatsächlich aus einer Lehre, wo man gesagt bekommt, so geht das und so geht das nicht. Daraus macht man sich dann den eigenen Reim natürlich und entwickelt sozusagen die eigenen Ideen, aber bei mir war das schon eher so eine Ausbildung in so einem ganz klassischen Sinne und wenn man sich dann irgendwann befreit oder irgendwann darüber entdeckt, was einem wirklich umtreibt, wie du sagst und das finde ich auch richtig, das ist also diese Leidenschaft, die einem irgendwie an dieser ganz Elementaren, dieser Materie bei mir Design oder bei dir Kunst interessiert, die ist so die Triebwäder und natürlich auch das, was einen dann sozusagen zu dem entwickeln lässt, was man ist, also das hat ja mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Irgendwann ist das Handwerk oder diese Skills, die sind dann nur noch, die machen gewisse Dinge möglich, aber die könnte man sich auch holen, aber sozusagen die Erfahrungen, die man macht, die sind, die werden dann Teil davon, wie man selber zum Künstler oder zum Designer wird. Ja, so ist das mit dem Designer. Ich habe, ich habe, also ich, ich finde die Frage wahnsinnig interessant, natürlich, weil wir, ich bekomme, ich mache so ein Büro und da bewerben sich ständig Designers, die jetzt in der Ausbildung sind und die, die ich interessant finde, das sind die, die tatsächlich mit gewissen können, irgendwie zu mir kommen. Das heißt, die sind, das sind die Leute, die, die müssen keine handwerkliche Lehre gemacht haben, aber die irgendwie etwas davon verstehen, wie funktioniert das eigentlich alles. von daher glaube ich, ist im Design gewisse Dinge noch mehr messbar oder sind, also diese Anwendung eigentlich immer von denen, die Idee ist okay, aber wenn du sie nicht wirklich anwenden kannst, umsetzen kannst, das muss nicht immer ganz alleine sein, aber du musst genügend davon verstehen, um auch die entsprechenden Leute hin zuzuholen und diesen ganzen Prozess der Industrie, der ja komplex ist, irgendwie zu verstehen, du musst ihn verstehen, um damit arbeiten zu können. Das muss natürlich ein Künstler auch, der muss auch immer verstehen, wie er, egal ob er dann DIN A4-Text an der Wand produziert oder ein wahnsinnig technisch aufwendiges Objekt, der muss natürlich auch immer verstehen, wie er dazu kommt. Ja, ich will das auch überhaupt nicht, ich will das überhaupt nicht werten und ich verstehe sozusagen, wie, welche Rolle, das spielt ich glaube nur, dass, wenn Leute zu mir ins Studio kommen, die schon mit mir arbeiten, wenn sie auch mehr daran interessiert werden, die auch ein wirklich das können. Ja, aber ich glaube nicht nur, weil du sie für dich nutzbar machst, sondern ich glaube, ich weiß nicht, ob du mir recht gibst, dass auch die Leute, die durch dein Studio kommen und sich denken, haben die wirklich eine eigene Karriere irgendwann Vorsicht, sind schon die Leute, die sozusagen auch wirklich wissen, wie setzt man eine Idee um in, weil, entweder die, die es ganz gut wissen oder die, die es überhaupt gar nicht wissen. Das sind meistens die guten Leute hinter mir. Das ist so meine Erfahrung. Also es gibt auch so Leute, die so wahnsinnig unpraktisch sind und die aber auch es geht ja auch nicht um, also es geht nicht nur um das, das ist schlecht. Es geht nicht nur um das Handwerkliche und um die Geschicklichkeit im Machen, aber so nimm diese, so ein Verständnis oder eine Intelligenz darin, wie kann man eine Idee umsetzen. Also das kann auch jemand sein, der davon nichts versteht, der geht halt aber zu der richtigen Person, die das BN macht. Aber auch das ist Teil davon. Weil wir gerade im Bereich der Ausbildung sind. Also bei uns ist es zum Beispiel auch so, ich glaube, man muss da auch nochmal differenzieren. Die meiste Zeit mache ich natürlich auch das Design für Magazine. und da habe ich natürlich ein viel schnelleres Feedback. Und bei mir ist es so wichtig, natürlich, wenn sich Leute bei mir vorstellen, habe ich auch die, die halt schon vielleicht eher eine progressive Art haben, die sehr stilsicher sind. Das ist schon relativ schnell zu sehen, aber das Wichtigste, also das ist quasi das, was ich erwarte als Mitgift, ist das, dass sie die Kultur dekodieren können. Und ich glaube, das ist das, was mich persönlich auch sehr interessiert. Mir geht es nicht um, dass alles geht. die Präzision ist wahnsinnig wichtig im Moment. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu erkennen, dass man von gewissen Definitionen sich verabschieden muss, weil wir eine neue Situation haben. Wenn ich zum Beispiel für die Industrie arbeite, werde ich daran gemessen, ist das neu. Also dieser Wahnsinn halt, permanent diese ganzen Medien zu bespaßen, immer wieder neue Dinge zu entwickeln, bedeutet natürlich, dass ich mich mit sehr vielen sehr unterschiedlichen kulturellen, kreativen, visuellen Disziplinen auseinandersetze. Und natürlich bin ich dann halt auch versucht, vielleicht ist es wie so eine Art DJ-Kultur, das man halt auch sampelt, aber nur dann, wenn es auch tatsächlich für das Projekt Sinn macht. Und ich glaube, daraus, das Wichtigste ist dann für mich, wenn ich dann mit Leuten zusammen arbeite, dass man sich intuitiv schnell ein paar Codes zuwerfen kann, sei es aus dem Fashion-Bereich, wir reden gar nicht über Musik. Musik ist, finde ich, gerade als non-visuell, wenn man jetzt mal die Videotips-Basal nimmt, so wichtig, wie die halt gewisse Gefühle, Emotionen transportieren, als Verstärker funktionieren, für zum Beispiel Arbeiten. Da brauche ich einfach Menschen um mich herum, die in der Lage sind, sehr, sehr schnell zu begreifen, was eigentlich so die Meta-Ebene ist an dem Ganzen. Und dann versuchen wir das natürlich stilistisch auf den Punkt zu bringen. Also, das ist bei mir ja auch nicht eine Form von Werbung oder bei uns, sondern wir nennen es ja auch bewusst Codierung. Weil man halt, weil letztendlich am Ende, egal ob Design oder Kurs, es geht halt darum, das, was du tust, hat am Ende hoffentlich eine Form der Relevanz. Also das ist das immer, wir kennen ganz viel, also es ist immer dieses Spiel zwischen Bekanntheit und eben halt Bedeutsamkeit. Einiges ist bedeutend und im Moment ist es halt auch so, es gibt wahnsinnig viele Künstler, weil es wahnsinnig viele Magazine gibt. Also den Eindruck habe ich zum Beispiel, ja, ich kann mir die alle gar nicht mehr merken. Und jeden Monat gibt es halt eine neue Watchlist, es gibt immer mehr Messen, es gibt immer mehr Eventkultur, es muss halt alles irgendwie organisiert werden. Und am Anfang hat man das Gefühl, man ist eigentlich ein bisschen ohnmächtig, aber am Ende des Tages sind es dann auch wieder nur ein paar. Und deswegen ist, glaube ich, wieder das Entscheidende die Frage der Identität. Und weiß es nicht, ist es jetzt so, fühlen sich denn die Künstler angegriffen, wenn die Designer auf einmal künstlerische Strategien aufgreifen? Und deswegen glaube ich halt einfach, ist das auch wirklich einfach eine, vielleicht eine Sehnsucht nach mehr Komplexität in den Dingen. Also ist es ja auch so, wenn ich durch die Ausstellung gehe, da sind so viele Assoziationen, Momente, da kann man an so viele Dinge denken. Und das ist einfach das Schöne, das bin ich jetzt auch zum Beispiel in deiner Installation, gerade dieses Weiterdenken nochmal mit den Schatten, dass eine neue virtuelle Ebene aufgetan wird. Und das wage ich halt daran, dass man die Dinge nimmt und sie werden irgendwie weitererzählt. Oder sie sind so ein Trigger. Also das geht halt einfach weiter. Man hält den Ball im Laufen. Ob das dann manchmal vielleicht Kunst ist oder Architektur oder Fashion oder Musik oder Literatur. Ich glaube, das ist dann halt tatsächlich am Ende das, was derjenige dann da drin sehen will. Also da setzt sich eben kritisch an. Dem kann ich so nicht folgen oder will ich. und ich kann Ihnen sehr gut folgen. Es ist klar, dass der Kunstmarkt in diesen hysterischen Formen, die er angenommen hat, immer mehr sich angleicht dem Modemarkt, Fashionmarkt, auch dem Designmarkt. Das ist klar. Also in der Motorik des Marktes allein schon. Nur ist doch die Frage, begnüge ich mich mit soziologischen Beobachtungen und dann sage ich, ich will das nicht. Ich halte dagegen. Ich versuche etwas dagegen zu tun. Das wäre die Frage, die sich an mich stellt. Und nur weil es alle so machen und weil es so ist, muss ich das doch nicht akzeptieren. Ich glaube, dass es immer eine große Aufgabe der Kunst war, sich gegen die Kultur zu wenden. Kultur ist sozusagen abgestattete Kunst, akzeptierte Kunst, überall gebrauchte Kunst und die Künstler, die treten immer gegen die Kultur an. Ich glaube, diese faire alte Aufgabe sollte man nicht unterschätzen und auch nicht vergessen. Vielleicht passiert das ja mit einer ganz festliegenden Form, in der sich die Kunst genau durch diese Eventkultur als Spaßtraktor ändert. Ja, natürlich passiert das. Und das wird ja auch vielfach gefördert durch Galerien, durch die ganze Maschinerie, durch den ganzen globalen Betrug messen. Aber deswegen, weil es so ist, braucht man sich doch nicht von der Kritik zu verabschieden. Das ist mindestens mein Standpunkt. Von der Kritik? Ja, von der Kritik an dieser Entwicklung. Nee, nee. Ich nehme sie nicht so hin. Mich erdert diese Entwicklung, um es mal als etwas Burschikose auszudrücken. Und ich möchte alles, was mir in meiner Macht steht, dagegen tun. Ich bin nicht sehr mächtig. Aber da ist was anderes. Ja, ja, ich will ja auch, es ist zu amtasserisch dieses Gespräch, das will ich damit sagen. Was haben Sie jetzt gesagt? Ja, grüß Sie. Es ist zu amtasserisch dieses Gespräch, die Richtung. Ja? Also, wie ist der Widerstand da? Also, Herr Fackenberg, Mike Nere, bin ich eventuell hier. Da sind nämlich, da sind zwei Sachen, die auch interessant sind, was die beide andeuten. Das ist einerseits die Frage zu Styling. Heutzutage ist ja Design auch ein Modebegriff geworden. Und ich finde, das ist auch wirklich ein Hauptpunkt. Styling equals Design heutzutage. Wenn Christian Lacroix einen neuen Bezug für den TGV macht, ist es ein neues Design. Ist es wirklich ein neues Design? Das ist eigentlich eher Styling. Das ist die Mode, da sind bestimmte Farben, ein bestimmter und so weiter, Motiv und so weiter. Aber schließe ich unendlich die Frage vom Styling. Ich finde, Tobias Rehberger hat sie schon gefragt, praktisch vor über zehn Jahren in dieser Reihe Fragments of the Earth Presence, Basis in my fashionable version. Ich finde, das ist eine besonders interessante Arbeit, die wir heute auch besprechen können in dieser Podium-Diskussion, weil Tobias Rehberger praktisch wie ein Designer vorgegangen ist und hat eigentlich Bekannten gefragt, in welcher, sagen wir mal, gar nicht erst richtig Einrichtung, aber in welcher Situation Sie sich eigentlich wohlfühlen. Wohlfühlen, sondern es ging um so einen Moment, den man so, den ich damals, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, so beschrieben habe, wie wenn man nach der Arbeit heimkommt und dann das Ganze anschaltet, also so, wo man dann das Gehirn ausschaltet, dann war es für eine Situation, dass man so verschiedene Leute eigentlich, der eine hat eben dann auch gesagt, Fernseh anschalten, der andere hat gesagt, Gemüse schneiden und so weiter. Und das ist schon interessant, nämlich auch für Designer, die stellen ja auch die Frage, wie entwickelt sich die Gesellschaft, jetzt auch zum Beispiel mit einer Freizeit, wie wird die Freizeit benutzt und wie kann es auch einen Einfluss haben, wie wir leben und welche Produkte wir eigentlich brauchen oder welche neue Nutze es eigentlich gibt. Und dadurch sind eben auch Möbeln entstanden und was daran auch interessant ist, ist, dass du eine zweite Version gemacht hast durch Styling, wo du ungefähr gesehen hast, ja drei Jahre später. Also im Endeffekt für mich, wenn ich jetzt mal so ganz reduziert sage, man hat das so ein bisschen was zu tun mit, was hat Henry Moore mit dem Nierentisch zu tun sozusagen, ja, also wie, das ist vielleicht eine Urform, was ist eine Urform? Eine Urform, ganz arg. Ja, naja, gut, ich glaube, das kommt aus dem kulturellen Erbe vielleicht. Ja, das kommt aus dem kulturellen Erbe auf der einen Seite, aber es kommt auch aus das vorherrschende Kultur der Zeit, ja, und das ist was, was mich einfach interessiert hat da bei der Arbeit, was ja in der Kunst immer so eher so ein Kabu ist, ja, also das, der Künstler schöpft sozusagen aus sich selbst und ist unabhängig von dem, ob die Hosen jetzt eng sind oder ob die Hosen weit sind, ja, und das würde ich eben auch bezweifeln, ja, ein Bild wird auch deswegen Geld, wenn man morgens einer großen gelben Straßenbahn vorbeiläuft, eventuell, ja, und das ist eben, bei dieser Arbeit habe ich das sozusagen versucht, mir irgendwie selbst klarzumachen und diese Arbeit gibt es eben in drei Versionen, einmal, glaube ich, 96 war die erste und dann drei Jahre später habe ich sozusagen die gleichen Arbeiten mit der gleichen Inhaltlichkeit nochmal gemacht, aber habe die eben versucht, auch so ein aktuelleres, also so eine aktuellere Haut zu geben, ohne sozusagen den Kern oder den Inhalt zu verändern und jetzt nächstes Jahr, nach zehn Jahren dann wieder, mache ich jetzt eben nochmal eine Version, die dann, ja, dann zehn Jahre neu ist, die zweite und da geht es eben eher so um so die Frage, wie eben auch ja, Künste genauso beeinflusst sind von Dingen, die aus möglichen anderen Bereichen kommen, also das weiß ich eigentlich schon ganz am Anfang so, weil ich das habe. Was auch interessant sein würde, ist, ich glaube, ein zentraler Aspekt dieser Kunstdesign-Frage ist eben auch die Frage der Ausstellung. Seit einigen Jahren gibt es ja mehr und mehr Design-Ausstellungen in Kunstmuseen, darunter deine Ausstellung bei der Haus der Kunst, die ja eigentlich eher Kunstausstellungen gemachte und dann ab und zu jetzt, seit Christaer kann eben auch ein paar Design-Ausstellungen. Aber das ist schon ein relativ neues Phänomen, wo Design nicht nur in angewandte Museen gezeigt wird. Dann, zur gleichen Zeit, im Bereich Kunst, gibt es Künstler, die innerhalb Kunstmuseen oder auch andere eben Installationen oder Werke herstellen, die wirklich nicht gebrauchbar sind, die also nicht die reine Ausstellung von Objekten, die man ansieht, wie das jetzt auch außerdem oft der Fall ist in Design-Ausstellungen, die praktisch so gezeigt sind, so auch das Kunstobjekte wären, Kunstwerke, sondern wirklich Installationen, da denke ich zum Beispiel an Riquitia Vanigia, für wen das Publikum eine zentrale Rolle spielt. Das Kunstwerk existiert eigentlich nur, wenn das Publikum auch mit dem Kunstwerk interagiert. Insofern gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Phänomene und das wäre ganz interessant, auch weil wir hier zwei Künstler, Designer haben, die eben größere Retrospektiven hatten oder zurzeit haben, wie sie eben diese Frage sehen. Außerdem Konstantin Gritsch du hast ja auch Ausstellung über Design kuratiert und auch deine eigene Ausstellung über Design kuratiert. Ja, also es ist wesentlich schwieriger für mich gewesen, die Ausstellung über die eigene Arbeit zu machen, also das, was der Künstler ja eigentlich ständig macht oder wie so ein Teil auch der Arbeit ist, Ausstellungen zu machen. Für ein Design ist das eigentlich eher ungewöhnlich und auch von die Problematik. Ich glaube, Design hat durchaus Platz im Museum, aber nicht, weil es durch das Museum zur Kunst wird, sondern einfach, weil ein Museum eine Plattform ist, auch über Dinge zu sprechen oder Dinge zu zeigen. meine Interpretation, Design, speziell meine Arbeit in einem Kunstmuseum zu zeigen, war die, dass ich die Ausstellung sozusagen zum einen nicht aussehen durfte wie ein Möbelgeschäft oder ein Designladen. Das ist nämlich ganz, das passiert nämlich ganz einfach, wenn man die Dinge einfach so ausstellt oder und zum anderen fand ich es aber auch gefährlich, wenn ich sozusagen mich scheinbar in die Rolle des Künstlers verwandle und versuche eine Kunstausstellung aus meinem Ding zu machen. Ich fand das nicht passend, also für mich persönlich habe ich deshalb entschieden, man muss die Dinge eigentlich, es geht um diese Geschichten, man erzählt darüber, was sind diese Dinge und wie sind sie auch entstanden. Also wir haben eine Ausstellung gemacht, die natürlich eine gewisse Installation ist. Ausstellung ist ein wahnsinnig, ein schönes Medium, also Ausstellung, gute Ausstellung bedeuten auch Entertainment und führende Besucher sozusagen so sehr spielerisch über Inhalte und auch Dinge, die man lernt oder lesen muss und erfährt und so weiter und so ist die Ausstellung eigentlich so teilweise relativ didaktisch geworden, indem wir Dinge gezeigt haben, im Resultat aber auch sozusagen versucht haben, die Geschichte zu erzählen, warum sind diese Dinge so oder wie sind sie überhaupt entstanden, was steht dahinter. Im Einzelnen sind viele Resultate, Prototypen, Modelle, Zeichnungen sind durchaus attraktiv, aber ich wollte sie nie als Einzelnes, also den Prototyp nie als sozusagen auf den Sockel stellen. Er ist immer gezeigt im Kontext des Ganzen oder als Teil eines Prozesses, der immer darauf gerichtet ist, am Schluss ein Produkt herzustellen, nämlich das, was dann in Produktion geht. Die Ausstellung als Gestaltung ist nur eine Art von Vehikel, um diese Geschichten zu erzählen. Die Ausstellung selber erfindet keine neuen Objekte oder schafft nichts Neues, ist wirklich nur so eine Art von Hintergrund oder Erzählform. Im Gegensatz zu Tobias, die Direktrispektive auch als Ansatz. Du meinst jetzt hier die Ausstellung? Ja, was wird es gemacht? Das ist ja auch eine andere Geschichte. Ja, das kam eben aus diesem Wunsch des Städelig-Museums, die eben die erste Version von dieser Ausstellung gemacht haben mit mir. Nicht die wirkliche Retrospektive, also jetzt nicht im wissenschaftlichen Sinn, aber die wollten eben eine Ausstellung machen mit Arbeiten aus den letzten 15 Jahren und keine neuen Arbeiten eigentlich und auch kein Projekt sozusagen, das ich extra dafür entwickle und das hat mir aber eigentlich nicht gepasst und ich habe dann eben nach einer Möglichkeit gesucht, dem zu entkommen, dass das nur so ein sentimentaler oder halb sentimentaler Rückblick wird und da das sowieso in meiner Arbeit angelegt ist, dass ich mich viel damit beschäftige, eben wo die Arbeit mehr kommt, aber auch wo sie hingehen und wie sie sich weiterentwickeln und wie die eine Arbeit zur nächsten wird und zur nächsten und habe ich eben die Idee gehabt oder habe versucht sozusagen diese Arbeiten, die schon bestanden haben, irgendwie wieder produktiv zu machen und habe eben den Wunsch, dass die sozusagen zu einer neuen Arbeit werden oder zu einer neuen Arbeit beitragen und da bin ich eben dann auf dieses System gekommen mit dem Licht, es gibt schon andere Arbeiten von mir, die vorher waren, eben auch mit diesem Schatten und wie eine Skulptur dann zu einer Malerei wird oder umgekehrt, es gab schon vorher Arbeiten und so bin ich eben drauf gekommen und mir war es eben irgendwie ein Anliegen, dass es eben nicht so eine Rückschau ist, sondern dass diese Arbeiten auch immer wieder was Neues machen, also das beschäftigt mich sowieso und das war dann der Ausgangspunkt dafür, dass die Ausstellung so ausbinden wie sie jetzt ausbinden. Harald Falkenberg, Sie haben mal in einem Text innerhalb Ihres Rücklays Ziviler Ungehörsam von Dienstleistungs- oder Mitmacherkunst erzählt, das wäre ganz interessant, wie würden Sie das denn beschreiben, ist das denn eher diese Tendenzen im Museum einen Ort zu schaffen, wo der Besucher eben einen anderen Umgang, einen aktiven Umgang mit den Garten hat? Das muss jeder für sich entscheiden. Den Sammler gibt es nicht und welche Interessen man im Zusammenhang mit dem Sammeln entwickelt, fängt auch von vielen Zufällen ab. Das lässt sich nicht vorausbestimmen, kann man dann ab einem bestimmten Zeitpunkt erst richtig mitgestalten. Und diese Mitmachkunst, Teravenitsch und so hat mich überhaupt nie interessiert. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, ja, das wäre meine Antwort. Um es deutlich zu machen. Und Crossover, wir sind jetzt, wir sind natürlich wieder bei dem Thema, die Berufachtungen sind ja da, die Analyse ist total richtig, die andere Frage ist, ob ich mich damit abkühle. So einfach ist das. Selbstverständlich will jeder woanders ansachten. Oder man kann auch von Schnittstellen und Schnittmengen reden, man sagt, politisch. Das Ganze hat auch eine soziale Komponente. Denn natürlich sind wir in der Welt der Kulturen gelandet. Wenn wir irgendwelchen thailändischen Reis hier essen. Und der eine macht es und der andere nicht. und Sie sind ja Sammler, Sie haben jetzt aber auch ein Museum und Sie zeigen also dort auch manchmal von Ihrer Sammlung Werke, die man auch benutzen kann. Ich denke zum Beispiel an Franz Best. Wie sehen Sie eben die Position? Danke hier, dass man die benutzen darf. Danke. Jetzt will ich auch noch bearbeiten von Irwin Stahlström, wo wir so schöne magnetische Dinge haben, die sind längst hinter Glas, sonst wären diese schönen Teile weg. Und diese Figuren von Franz West wünschen sich die guten, die man dann anpassen darf und mitnimmt. Das geht in einem solchen Betrieb heute nicht mehr. Das waren die schönen, guten alten Zeiten, als noch mit diesen Kunstwerken gespielt wurde. Ja, das ist nämlich auch so ein Stichpunkt. Ich glaube halt, wir sind auch natürlich die, die das halt doch irgendwie, die in der Situation sich wiederfinden jeden Tag. Wir sind natürlich auch wahnsinnig nah dran. Und ich glaube, das ist natürlich auch für die Generation nach uns, vielleicht wenn die dann auch mal den Kopf nur schütteln, was man da diskutiert hat, weil es halt ein ganz natürlicher Werteverfall ist, der wichtig ist, damit wieder neue Werte entstehen können. Und ich glaube, das ist das, was wir halt einfach erleben. Komplexität, die Dinge suchen sich. Und es kommen ja dabei fantastische Ergebnisse auch raus. Und natürlich auch ein paar Sachen, die nicht so schön sind. Aber das war schon immer so. Aber was auch interessant ist, in den Möbeln von Franz West, da ist auch kein Limit. Die sind eigentlich unnibitiert. Ja, auf die Möbel setzen wir uns drauf. Ich habe auch ein ganzes Zimmer mit Möbeln, die Fast-Designer-Möbeln von Franz West. Es wird auch heftig gebraucht. Ja. Und also da sind schon Künstler, die Möbeln machen ohne Limit, wo kein Limit vorausgesagt ist. Und es gibt ja heute auch Designer, die Unikate machen. Und das wäre ein von den letzten Themen, die wir heute Abend vielleicht besprechen können. Nämlich dadurch kommt auch eben diese ganze Fragestellung zu, ist Designkunst. Das ist auch teils durch diese Unikate, die unter anderem von solchen Galerien wie Creo in Paris vertrieben werden, der auch einer von den Mitbegründern ist, von der Design-Base Miami ist, wo man auch weitere Galerien sieht, die auch oft entweder klassisches Design, was schon eine Rarität hat, verkaufen, oder eben Designer von heute ermöglichen, Unikate oder kleinere Auflagen herzustellen. Und wenn man Didier Krantowski, der Leiter von der Galerie Creo hört, sieht er das auch als die Möglichkeit, einem Designer die Freiheit zu geben, zu experimentieren, was ja ganz interessant ist. Außerdem müsste man sagen, dass Didier Krantowski eigentlich Kunstsammler war und noch immer ist. Er hat ja auch ich weiß von einer Arbeit von Tobias oder vielleicht auch mehrere und er hat sich dann im Design Bereich engagiert. Aber du hast ja auch mit ihm gearbeitet, das ist eben ein Beispiel, vielleicht international oder ein Hauptbeispiel von diesen Galeristen, die in Wirklichkeit wie eine Kunstgalerie praktisch reagiert, aber im Bereich Design. Und du hast ja dort auch eine Arbeit produziert. Also diese Design, was sozusagen in Form von limitierten Auflagen oder als Einzelstücke hergestellt wird, das hat, obwohl ich nicht am Anfang davon abgegrenzt habe, weil ich gesagt habe, ich bin Industriedesigner, ich arbeite eigentlich für das ganze andere Ende des Spektrums. Trotzdem hat diese limitierte Auflage oder die Prototypen, Einzelstücke, hat immer eine ganz große Bedeutung gehabt für das Design. Ich glaube, und das gibt es immer schon, das hat überhaupt nichts mit Galerien zu tun. Das war eigentlich, das kommt daher, dass eben radikale Ideen und gewisse Dinge nur umsetzbar waren, indem man sie gemacht hat und gezeigt hat und dann sind sie unter Umständen Einzelstück geblieben. Es gab immer schon Designer, also zum Beispiel Stotzers, einer der wirklich wichtigen Pioniere unseres zeitgenössischen Design war, der hat natürlich in den 50er Jahren nach dem Weltkrieg in Italien eigentlich keine Hersteller gefunden, der hat, um Ideen realisieren zu können, um sie auszuprobieren, um seine Ideen zu entwickeln, hat er Dinge in kleinen Auflagen hergestellt und angefertigt. Es gab damals vielleicht Galerien, die das interessiert haben, die sie auch gezeigt haben, aber es gab nicht diesen Galerie oder Design Galerienmarkt, da war überhaupt kein Geld mit zu verdienen. Auch Mark Newton hat so angefangen, der eigentlich als Goldschmied ausgebildet ist und sozusagen Dinge selber gemacht hat, aber der auch aus dem herrscht, aus dem handwerklichen Bauen kam und zum Beispiel als Student seine Lockheed Lounge, die hat er selber gemacht, in der Garage. die letztes Jahr glaube ich für eine Million US-Dollar verkauft wurde. Und ich finde, solche Dinge sind immer interessant gewesen, weil sie eben radikal und sich diese Freiheit nehmen, es geht um Design immer und das sind wirklich, also Todd Stars und Mark Houston als Beispiele sind absolute, das sind so Vollblutdesigner, die hat immer das Thema ganz elementar interessiert, was ist Design und wo kann Design irgendwie hinkommen, wo ist da der Spielraum. Die haben das ausgereizt durch diese extremen Dinge, haben aber auch immer für die Industrie gearbeitet und genauso wie irgendjemand hat es schon gesagt, daraus geschöpft, auch Todd was hat später für Olivetti Treibmaschinen entworfen und die haben was mit den Keramiken zu tun, die er sozusagen zur gleichen Zeit oder zehn Jahre vorher gemacht hat und Newstons Locket Lounge hat, was mit den Dingen zu tun, die er für die Industrie gemacht hat. Heute ist die Situation deshalb anders, weil es plötzlich diese Galerien gibt und die Galerien für einen Markt arbeiten und beides finde ich hat so eine sehr eigenartige Dynamik oder hat so ein Motiv geschaffen, wo es nicht mehr um Design geht, um dieses Elementare, wo es plötzlich wirklich um Geldverdienen geht. Das heißt, es gibt heute eine Generation von Studenten, die studieren Design, um für Galerien zu arbeiten, um mit Einzelstücken Geld zu verdienen und das für mich wird plötzlich sehr, also ich sehe das sehr kritisch, mich interessiert das überhaupt nicht, da geht es nicht um Experimentieren, da geht es tatsächlich darum, einen gewissen Markt, den es im Moment gibt, wirklich zu Bedienen und System anzubiedern, macht die Dinge aus Marmon, man vergoldet sie, man macht sie möglichst irgendwie mit Handwerkern, die dafür fünf Monate brauchen, um das herzustellen, dann kann man das Ding für noch mehr Geld verkaufen, da geht es nicht mehr um Design, das ist so eine ganz eigenartige, das ist wirklich gelenkt oder motiviert nur noch von dem Geld oder dieser Potenz, die sich dieser Markt herstellt, aber gleichzeitig gibt es immer noch natürlich wahnsinnige Sachen, also Matthias Sekili, der nur für Galerien oder fast ausschließlich für Galerien arbeitet, den ich aber immer als auch wirklich Designer bezeichnen würde, dem es um das Objekt geht, um eine Recherche an Materialien, um auch bestimmte Ästhetik, die er entwickelt, über dieses Herstellen von Dingen, die die Industrie einfach nicht herstellen könnte. Und das ist natürlich das Interessante, die Industrie kann es heute vielleicht nicht herstellen, vielleicht in 20 Jahren. Es gibt diese Querbezüge und deswegen es gibt, also die beiden Dinge dürfen und sollen gleichzeitig existieren. Das, was ich kritisch finde, ist nur sozusagen, wenn die Galerie und das Geld, was dahinter steht, zum einzigen Motiv wird. Mike, Mary, da ist ja auch ein anderes interessantes Beispiel von Einzelstücken oder ganz kleine Auflagen, die Sie eben mit Dornracht produzieren, da denke ich an der Projektreihe Dornracht Edges, zum Beispiel Amaterie Krasse, die praktisch eine Installation hat. Also wir haben seinerzeit damals bewusst, nachdem man eigentlich es relativ zügig geschafft hat, die Marke im Design zu positionieren, war natürlich auch schon die nächste Herausforderung, also die wir dann auch diskutiert haben und das war klar, dass das für uns Kulturprojekte sein würden und deswegen haben wir sehr früh angefangen, uns den Dialog zu suchen mit Künstlern und Musikern und Designern und in freieren Projekten, weil wir einfach immer glaubten oder es war immer wichtig, wenn wir das Produkt haben und für uns verstanden haben, was passiert, wenn man halt einfach von dem Produkt einen Meter zurückgeht, in welchen Räumen tauchen eigentlich die Produkte auf, das war dann für uns der Kontext und da war das halt einfach sehr spannend, eben über die Autoren im Sinne der Künstler oder Künstler anzusprechen, die dann halt als Autoren aufgetreten sind und haben dort ganz subjektive Recherchen betrieben und das war so interessant, weil wir auf einmal darüber halt eigentlich zu Ritualen gefunden haben, ein Ritualbewusstsein und wir begriffen haben, dass die Räume natürlich sehr, sehr sensibel sind und das ging halt in diesen Kulturprojekten weiter und da war dann eben halt auch die Materie Grasset, die dann halt ein Objekt entwickelt hat, einen Badraum, den sie dann halt auch in der Galerie Kütle ausgestellt hat hier und es war schon sehr spannend zu sehen, dass man halt einfach wirklich in diesem sehr, also wir hatten gesagt, es geht sicherlich irgendwie um Reinigen im Bad, aber es ging jetzt mal darum, jetzt Produkte zu inszenieren, sondern es war wirklich der Gedanke, eine sehr freie Meinung sich einzuhören und das war einfach für uns eine sehr spannende Testphase oder auch so eine Forschung, wie eine Art Selbstversuch, aber es ist so eine Forschung, die halt eher kulturell intuitiv getrieben war, denn eher so hart analytisch und daraus sind dann halt, sage ich mal, auch diese Objekte entstanden, aber das sind ja keine Aufladung, das sind einmalige Schichten, die wir quasi dann als Anstoß, als Impuls, kann man diesen Bereich einfach auch anders denken oder die Abläufe, die dort stattfinden. Dankeschön, Sie sehen, das ist schon ein sehr breites Thema, wir könnten noch stundenlang darüber reden und es wäre natürlich jetzt vielleicht ganz schön, alle wären ja mich auch schon ein bisschen müde, aber vielleicht haben Sie auch noch einige Fragen und dann können wir auch über die Problematik weiter diskutieren, draußen um Kölsch und Brezeln, wie man es hier in Köln tut, auch ganz sympathisch und informellerweise. Köln tut, auch ganz